Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur 13. Vorlesung zum Weltbild der Physik. Es ist eine Nachfolgevorlesung nach meiner Sommersemestervorlesung 2020, also vor mehr als einem Jahr. Da ging es allgemein um Astrophysik, also Sterne und Weltall. Und dann habe ich mich entschlossen, in der Zeit danach, das ist jetzt inzwischen ein ganzes Jahr, so eine Vorlesung zu machen, speziell zum Weltbild der Physik. Also die wichtigsten Fragen, wie ist das Universum entstanden und woraus besteht das Universum überhaupt? Also was ist die Substanz unserer Welt? Und das hangelt sich am Anfang, jetzt nicht mehr am Anfang, entlang eines Buches, was ich Anfang letzten Jahres publiziert habe, zusammen mit Ernst Peter Fischer. Und das hieß am Sonntag nach der Schöpfung ein Katechismus der modernen Naturwissenschaften. Und Herr Fischer, der hat den Teil über die Biologie geschrieben, also wie ist das Leben entstanden und was ist Leben überhaupt und ich eben die Physik, wie ist das Universum, unsere Welt entstanden und woraus besteht die Welt eigentlich? Und da gab es so allerhand Kapitel, die erstmal die Grundlagen des Weltbildes der Physik, also es geht jetzt nur um Physik, nicht Biologie, das macht Herr Fischer, die die Grundlagen der Physik, des physikalischen Weltbildes aktuell heute beschreiben. Das ist die Raumzeit, was ist unsere Vorstellung, was Raum ist und was Zeit ist. Und dann habe ich extra zwei Folgen über die Zeit gemacht, denn was Zeit ist, das konnte ich auch in diesen zwei Folgen nicht klären, es ist was ziemlich Rätselhaftes, das braucht doch allerhand Zeit, das zu erklären. Dann Teilchenkräfte, also was sind die Akteure auf der Bühne, sind die Teilchen, die Elementarteilchen. Dann die Naturkräfte, da gibt es vier Stück, also wenn mal jemand fragt, wie viele Naturkräfte gibt es, kann man schon mal vier sagen, ja, hat man also Ahnung, es gibt endlich viele. Dann die Naturgesetze, da gibt es jede Menge, also wirklich viele, das werden wir heute kurz mal ansprechen, auch Naturgesetze. Dann die Naturkonstanten. Und das Erstaunliche ist, dass sowohl die relative Stärke der Kräfte als auch die Höhe oder Größe der Naturkonstanten genau so eingestellt ist, dass es Leben in unserem Sinn gibt. Man kann sich vorstellen, dass man diese Zahlen, das sind Zahlen, ja, relative Stärken der Naturkräfte, dass man die verändert und dann kommt ein Universum dabei raus, im Computer, ein günstliches Universum, da gibt es kein Leben. Und dann eben der Urknall, wie ist unsere Welt entstanden? Im Urknall habe ich die Urknalltheorie beschrieben, also das Urknallmodell ist eine Modellvorstellung und dann in zwei Folgen dann anschließend an dieses Kapitel 7 ein bisschen diskutiert, was die offenen Fragen der Urknalltheorie sind. Da gibt es zum Beispiel diese Inflationsphase ganz am Anfang der Existenz unseres Universums. Auch darüber werde ich heute kurz berichten. Wir sind jetzt in Kapitel 8 des Unbekannten. Wir betreten also Bereiche jenseits des etablierten Wissens. Und da geht es heute speziell um die kosmologische Konstante und um die sogenannte Cosmic Landscape, also die Landschaft des Kosmos. Da geht es aber nicht bloß um die Weltkugel, die uns zugänglich ist. Und mit Weltkugel meine ich jetzt nicht die Erde, sondern damit meine ich diese Raumkugel bis zum Lichthorizont. Wir können nur so weit gucken, wie das Licht während der Existenz des Universums, also seit 13,6 oder 7 Milliarden Jahren, zurücklegen konnte. Also weiter können wir nicht gucken, weil das Licht nicht genug Zeit hatte, von noch weiter entfernten Teilen im Universum zu uns zu gelangen. Wir können also nur bis zum, ich nenne es mal, Lichthorizont schauen. Von weiter draußen wissen wir nichts Genaues, also eigentlich gar nichts. Das heißt, unzugänglich ist nur eine Kugel mit einem Radius von 13,6 Milliarden Lichtjahren. Und was dahinter ist, ist offen. Und hier von Leonard Susskind, also Süßkind, sage ich immer im Deutschen, einfacher auszusprechen, Susskind, das ist ein berühmter Astronom, ein theoretischer Kosmologe und Elementarteilchenphysiker. Da gibt es eine Vorstellung, basierend auf der Stringtheorie. Das ist so eine Theorie, auch für die Struktur der Welt, der Substanz der Welt. Und das steht in diesem Buch hier drin. Das ist ein populärwissenschaftliches Buch ohne Formeln. Das beschreibt diese Stringtheorie und was daraus folgt für die Vorstellung, was unser Kosmos, unsere Wirklichkeit ausmacht. Und das ist unglaublich viel größer, als diese Kugel, die uns als Experimentatoren zugänglich ist, mit diesem 13,6 Milliarden Lichtjahren Radius, also 26, irgendwas, 27,23 Milliarden Lichtjahren Durchmesser. Da gibt es noch weitaus mehr jenseits dieser Kugel. Ein unvorstellbar gigantisches Weltbild. Auf der Basis der Stringtheorie, hier steht es im Untertitel, das Leonard Saskin da entwirft. Und das versuche ich hier mal, diesen Inhalt dieses Buches, ist in Englisch nicht übersetzt worden, das ein bisschen näher zu beschreiben, in einem Video. Es sind 400 Seiten, 2005 erschienen. Die Stringtheorie ist inzwischen ein bisschen überholt, aber trotzdem die Grundideen will ich jetzt mal darstellen. Es ist eine fantastische Vision. Und er wendet sich explizit gegen das Intelligent Design. Denn die Tatsache, dass viele Naturkonzerne und auch die Naturkräfte genau so aufgebaut sind in unserem Universum, dass es Leben überhaupt geben kann und erst recht intelligentes Leben, das liegt ja nahe irgendwie, dass da jemand am Werk war, der das so gebaut hat, dass das hinkommt. Aber er wendet sich als Naturwissenschaftler gegen die Vorstellung eines solchen Schöpfers oder Gottes, sondern versucht eine Erklärung zu finden, wie das denn sein kann, dass das so genau hinhaut, mit einem ganz anderen Ansatz. Und dieser Ansatz kommt dann über die Stringtheorie zu einer Vorstellung der Realität der Welt, die weitaus gigantischer ist als bloß unser Universum. Und das will ich jetzt diesmal erklären. Also wir sind voll im Unbekannten und hier eine Vision, schon ein bisschen veraltet, aber die Grundzüge sind immer noch da. Faszinierend von Leonard Saskin. Ja, das ist ja hier ein Bild aus Wikipedia von ihm. Der ist 1940 geboren. Da war er noch ein bisschen jünger. Ich weiß gar nicht, das war glaube ich von 2013 oder sowas aus einer Vorlesung. Hier erkennt man eigentlich wieder, dass so Professoren doch, also wenn sie so am Bahnhof irgendwo auf einer Bank sitzen, können sie doch leicht mit einer anderen Klasse oder Gruppe in unserer Bevölkerung verwechselt werden, die auf den Bänken sitzen und immer so eine Flasche Bier oder Schnaps in der Hand haben. Also er sieht nicht wirklich wie ein berühmter theoretischer Physiker, der also die fantastischsten Theoriegebäude erdacht hat. Sieht nicht unbedingt so aus mit seinem T-Shirt. Ja, er ist also ein Professor an der Stanford University in Kalifornien. Ich glaube, man muss sagen, gewesen, er ist jetzt also sicher, ich weiß nicht genau, die haben keine Pensionierung in den USA, die einfach arbeiten immer weiter, aber irgendwann sind sie dann mal auf alle Fälle emeritiert, heißt das bei diesen Professoren. Also in Pension, im Ruhestand. Er ist einer der maßgeblichen Erfinder oder Schöpfer dieser String-Theorie, die über 20 Jahre vielleicht die theoretische Physik, was die Kosmologie angeht, beherrscht hat. Fantastische Theorie mit enorm starker Visionskraft, aber vielleicht nicht richtig. Aber trotzdem, ein paar Elemente sind richtig und die will ich mal berichten. Dann gibt es hier das Holographic Principle, da geht es um höherdimensionale Räume und sowas. Das wollen wir jetzt nicht näher vertiefen, aber es geht jetzt in meinem Video um die Cosmic Landscape. Die kosmische Landschaft, weit jenseits dieser trivialen, also in diesem Denkgebäude ist der unzugängliche Kosmos, der ja immerhin viele Milliarden Lichtjahre Durchmesser hat und einige hundert Milliarden Galaxien enthält, das ist sozusagen was Lokales, so wie so ein Dorf, in dem man wohnt. Es gibt viel mehr nach seiner Vision. Ja, also dieses Video schließt sich an an dieses erste Video aus dem Bereich des Kapitel 8 Unbekanntes und da hatte ich ja hier Martin Reis mit seinem Buch Just Six Numbers zitiert. Da geht es eben um diese Maßschneiderung unseres Universums und er hat sechs einzelne Zahlen rausgepickt und dann beschrieben, was passieren würde, wenn ich diese Zahlenwerte, Naturkonstanten oder auch die Kräfte, die Stärke einer Naturkraft, wenn ich die ändere. Und jedes Mal kommt irgendein Universum raus, was nicht bewohnbar ist. Und jetzt in diesem Video geht es eigentlich bloß um eine dieser Naturkonstanten, nämlich um Lambda, die kosmologische Konstante. Die hatte ich das letzte Mal nur in der Menge der anderen mal kurz durchgesprochen, aber jetzt will ich anhand dieses Buches von Leonard Susskind oder Süßkind, Susskind, will ich das näher erläutern, denn diese Konstante ist von enormer Bedeutung für den Urknall. Da geht es erstmal los, was ist die kosmologische Konstante denn eigentlich? Die hat zunächst mal Albert Einstein erfunden. Er hat sie richtig erfunden, die kosmologische Konstante. Und zwar war das vor Edwin Hubble, der gefunden hat, ein experimenteller Astronom, also einer, der durch diese Teleskope guckt, und der hat herausgefunden, dass sich alle Galaxien von uns entfernen. Er hat also die Expansion des Universums entdeckt. Und aufgrund dieser Expansion, das ist wie so ein Hefeteig, der aufquillt, kann man zurückrechnen, dass vor ungefähr 13, 14 oder vielleicht 15 Milliarden Jahren das Universum in einem Punkt vereinigt war. Und das war dann eben der Urknall. Das heißt, mit Hubble begann die Zeit der Urknalltheorie. Aber das hier, was Einstein erdacht hat, und das war 1917, ich bringe da gleich ein Originalzitat aus seiner Publikation, und diese Publikationen waren noch in Deutsch damals. Heute ist ja jede wichtige Publikation in Englisch, aber damals waren wichtige Publikationen noch in Deutsch. Also ich will jetzt nicht dieses Deutschtum oder so herausstellen, mich hat es einfach verblüfft, ich lese eine Originalpublikation aus dieser Zeit von Albert Einstein und ich merke eigentlich selber gar nicht mehr, ob ich das jetzt in Englisch oder in Deutsch lese, aber nach einer Weile, als ich das hier in den Vortrag reinkopiert habe, habe ich gedacht, das muss ich bestimmt übersetzen, weil ich das immer übersetzen muss. Nein, ich muss das nicht übersetzen, das war in Deutsch. Okay, kommen wir also dazu. Und Albert Einstein war 1917, glaube ich, das ist im Ersten Weltkrieg, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Ja, da hat Albert Einstein noch die Vorstellung gehabt, dass wir ein Steady-State-Universum haben. Also das Universum kommt aus dem Unendlichen, also hat ein unendliches Alter und läuft ins Unendlichen, ohne seine Grundstruktur irgendwie wesentlich zu verändern. Und dann hat er seine allgemeine Relativitätstheorie entwickelt und festgestellt, dass sich Masse und Energie, dass sie erstmal äquivalent sind, aber dass sich Massen und damit auch Energie gegenseitig anziehen. Wir haben also eine gegenseitige Anziehung. Da ist eine Galaxie, da ist die andere Galaxie, das sind Massen, die ziehen sich an. So, wenn wir jetzt unendlich viel Zeit haben, dann würden diese Galaxien mit der Zeit anfangen, sich aufeinander zu zu bewegen und zu verschmelzen. Das heißt, es können gar keine verschiedenen Galaxien geben, wenn das Universum wirklich unendlich alt ist und wenn sich Massen gegenseitig anziehen. Das klappt also nicht. Steady-State-Universum. Dann musste er irgendwie, um ein stabiles Universum hinzukriegen, musste er neben der immer anziehenden Gravitationskraft noch eine Antigravitation einbauen. Und das geht in seinen Differenzialgleichungen, in seinen Einstein-Gleichungen. Eigentlich ist es nur eine Gleichung, wenn man sie in Tensor-Darstellungen darstellt. Aber das sind eigentlich mehrere. Das ist eine Zusammenfassung. In seinen Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie musste er eine Antigravitation einbauen, sodass die sich zwar, die Galaxien, gegenseitig anziehen, aber dann gleichzeitig noch eine zweite Kraft wieder abstoßend wirkt. Und das gibt dann so ein Gleichgewicht. Okay, das hat er also eingebaut, um ein Steady-State, ein stabiles Universum über Milliarden von Milliarden von Jahren hinzubekommen. Er braucht also eine abstoßende Gravitationskraft. Allerdings ist dieses Gleichgewicht instabil. Also wenn wir jetzt eine anziehende Kraft und eine abstoßende haben, dann ist das nicht gerade stabil, sondern wenn man das System ein bisschen stört und man bringt es näher ran, dann kann es schon sein, dass das dann doch irgendwie entweder auseinanderläuft oder zusammenläuft. Er hatte da also ein Stabilitätsproblem. Das ist so wie eine Kugel, die oben auf dem Berg liegt. Wenn man die anstößt, rollt sie runter, auch wenn sie genau auf der Spitze dann vielleicht verharrt. Aber wenn es einen Windstoß gibt oder so, rollt sie runter. Das heißt, dieses Universum mit dieser Balance aus einer Gravitationsanziehung und einer Antigravitationsabstoßung, die erstmal nur mathematisch eingeführt wurde, da gibt es keinen physikalischen Hintergrund, dies ist instabil. Also selbst wenn es eine Antigravitation gäbe, nach Einsteins kosmologischer Konstante, dann ist das irgendwie instabil, das Ding. Das hat aber sowieso nicht funktioniert. Das wurde aber alles überflüssig, diese Überlegung, als Edwin Hubble dann in Amerika die Expansion des Universums entdeckte und damit die Urknalltheorie kam, da ist es ja kein Problem. Im Urknall ist immer alles auseinandergeflogen und wenn es sich gegenseitig anzieht, also Gravitation, dann verlangsamt sich die Expansion und eventuell kehrt sich die Expansion um und es gibt dann wieder ein Zusammenschrumpfen des Kosmos. Das ist jetzt falsch, das war früher mal die Vorstellung. Aber jedenfalls kann es erstmal auseinanderfliegen und da brauchen wir keine kosmologische Konstante. So ist die kosmologische Konstante, ich glaube es war 1910, also 15 oder 17, von Einstein eingeführt worden und dann gleich wieder ausgeführt worden, also abgeschafft, weil man sie eben im Urknall nicht braucht. Okay, da müssen wir uns jetzt doch mal kurz mit den Einsteingleichungen beschäftigen. Also wie gesagt, es ist eigentlich nur eine Gleichung, wenn man im Internet nachschaut, ist das eine Gleichung, zeige ich gleich, aber es sind mehrere zusammengefasst in so einer Art Kurzschreibweise. Die Einsteingleichungen sind Differenzialgleichungen. Das hat man vielleicht mal im Abitur noch gehört, aber dann sofort wieder vergessen. Was ist eine Differenzialgleichung? Es gibt eine ganze Menge Differenzialgleichungen in der Physik und zwar zum Beispiel Maxwell-Gleichungen für elektromagnetische Felder, zum Beispiel das Licht hier von meinen Scheinwerfern oder die Schrödinger-Gleichung, die Grundgleichung der Quantenmechanik oder eben diese Einsteingleichungen. Und das ist eine mathematische Formulierung eines Naturgesetzes. Und diese Differenzialgleichung ist also eine mathematische Form, erstmal was Abstraktes, was der Mensch ersonnen hat, aber es ist eine Methode, Naturgesetze zu formulieren. Es gibt ja Naturgesetze, also man kann sich ein bisschen drüber wundern, warum die Natur überhaupt Gesetze befolgt. Also wir fahren ja zum Beispiel, zumindest in Europa, immer auf der rechten Seite. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Japan ist, glaube ich, oder wo war es denn noch, fährt man auf der linken Seite, Großbritannien fährt man auf der linken Seite Auto, aber jedenfalls alle auf derselben Seite, ja, sonst stoßen sie zusammen. Also wir beachten Gesetze, aber wir können uns auch überlegen, dass wir sie nicht beachten. Funktioniert nicht so richtig, aber das ist ja willkürlich. Also ich kann auch meinetwegen gegen Gesetze verstoßen. In der Natur ist das nicht so. Die Natur kennt ganz strenge Gesetze, die wir tatsächlich in mathematische Formeln fassen können. Und die Mathematik ist genauso starr, wie die Gesetze der Natur. Und das ist schon verblüffend. Also es geht. Und zwar zum Beispiel das Gravitationsgesetz von Newton. Und zwar nimmt die Kraft, mit der ein Körper einen anderen Masse behafteten Körper anzieht, mit dem Quadrat des Abstandes ab. Also wenn ich von der Erde weit genug entfernt bin, bin ich schwerelos. Und auf der Erde werde ich eben ordentlich angezogen. Je näher ich der Erde komme, umso größer ist mein Gewicht. Das kriegen wir jetzt nicht so mit, weil wenn wir auf dem Berg oben sind, sind wir ja vom Erdmittelpunkt ein bisschen weiter weg. Da wiegen wir ein paar Gramm weniger. Aber das ist so wenig, diese Abstandsänderung, dass wir das gar nicht merken. Wenn wir aber zum Beispiel so weit weg wären wie der Mond, dann würden wir schon merken, dass wir deutlich leichter sind. Nicht wegen der Schwerkraft auf dem Mond, sondern ich meine jetzt nur die Schwerkraft von der Erde. Also ohne Mond sind wir leichter, weil wir weiter weg sind. Gut, das ist also eine 1 durch r² Abhängigkeit. Je größer der Abstand ist, oder r ist der Abstand vom Mittelpunkt der Erde, umso schwächer ist die Kraft. Und das kann man durch eine Funktion darstellen. Also Newtons Gravitationsgesetz ist eine Formel, aber keine Differenzialgleichung, sondern eine Formel. Und die Formel beschreibt, dass die Kraft irgendwas mit so einer Konstanten und so weiter mit 1 durch r² in den Keller geht. Je weiter weg, umso geringer ist die Gravitationsanziehung. Okay, das kann man auch ganz gut verstehen, oder nicht verstehen, aber jedenfalls ist es vernünftig, wenn ich von irgendwas weiter weg bin, ist die Auswirkung schwächer. Also wenn ich zum Beispiel weiter weg bin von der Schallquelle, dann wird es leiser. Und das 1 durch r² Gesetz hier, das hat also so etwas mit der Dreidimensionalität des Raums zu tun. Okay, ja. Jetzt ist es allerdings so, dass diese Verbiegung von Raum und Zeit viel komplizierter ist als Newtons Gravitationsgesetz. Albert Einstein hat herausgefunden, dass eine Masse den Raum verbiegt. Und nicht nur den Raum, sondern auch die Zeit. Tatsächlich gehören Raum und Zeit zusammen und das ist so eine vierdimensionale Galatmasse. Ja, das kann man sich so einen Wackelpudding vorstellen, den kann ich ja zusammendrücken. Dann drückst du den nach oben raus, wenn ich den von der Seite zusammendrücke. Ich kann ihn aber auch komprimieren, da wird er an bestimmten Stellen dichter oder ich kann ihn verdünnen. Und das machen Massen und auch Energie. Masse und Energie sind dasselbe. Aber die Quellen dieser Verzerrung der Raumzeit, vierdimensional, die Quellen dieser Verzerrung sind Massen. Und Energie. Also entweder große Energieanhäufung oder eine Masse. Aber wir verstellen uns ja notgedroht, also meistens irgendwelche Planeten oder Monde vor. So, diese Verzerrung der Raumzeit ist weitaus komplizierter als nur dieses 1 durch R-Quadrat-Gesetz. Tatsächlich ist das Newtonsche Gravitationsgesetz nur ein Sonderfall der Einstein-Gleichung. Das heißt, wenn ich für eine Einstein-Gleichung eine einzelne Punktmasse oder auch eine kugelförmige Masse wie die Erde angebe, dann kommt eben genau dieses 1 durch R-Quadrat-Gesetz aus dieser Differenzialgleichung heraus. Und die Differenzialgleichung, all diese Differenzialgleichungen hier in der Physik, das sind Funktionenfilter. Eine Funktion ist zum Beispiel diese 1 durch R-Quadrat-Kurve, hier schwarz gezeichnet. Aber die Kraftabhängigkeit könnte ja auch eine ganz andere sein. Zum Beispiel eine Parabel hier, diese rote Kurve, die nach oben geht. Dann würde die Kraft mit wachsendem Abstand quadratisch anwachsen. Also je weiter ich von der Erde weg bin, umso größer ist die Anziehungskraft. Das ist natürlich Unsinn. Also immer, wenn ich mich von irgendetwas entferne, nimmt die Wirkung auf mich ab. Fast immer. Es gibt da eine Ausnahme, das sind die Quarks. Aber fast immer nimmt sie ab. Und das ist verkehrt rum. Das heißt, diese Funktion hier, eine R-Quadrat-Funktion, die ist unphysikalisch. Die fällt raus. Und das macht diese Differenzialgleichung. Die filtert diese Funktion, wenn ich die vorschlage, als mögliche Lösung raus. Falsch, geht nicht. Passt nicht als Lösung auf die Differenzialgleichung zur allgemeinen Relativitätstheorie. Es ist ein Funktionenfilter. Dann gibt es hier so andere Funktionen, wie hier diese umgekehrte Badewanne oder auch diese Funktion hier, die so dreieckig ausschaut. Da hätten wir also ein lineares Absinken der Kraft, der Gravitationskraft und ab so einem bestimmten Abstand, sagen wir mal, der Mondbahn, fällt sich schlagartig auf Null. Auch das ist unphysikalisch. All diese roten Kurven werden von dieser Einstein-Gleichung rausgefiltert als falsch. Die Einstein-Gleichung ist also ein Filter für unsere Darstellungen der Naturgesetze, also hier der Verlauf der Kraft in Abhängigkeit vom Abstand und nur die richtigen Funktionen werden rausgefiltert. Als Input in die Differenzialgleichung, Einstein-Gleichung, brauche ich die Massenverteilung und Energieverteilung. Also das Massenverteilung für diese Punktmasse hier, die Erde, ist es ja einfach, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Sonne, Erde, Mond und dann Jupiter und Saturn, wenn ich die alle zusammen berücksichtige, dann wird es viel komplizierter. Und daher brauche ich als diese Einstein-Gleichung, als Differenzialgleichung die Möglichkeit, und dann nimmt man einen Tensor, eben diese Positionen aller Massen und auch der Energie gegebenenfalls zu berücksichtigen und kann daraus dann eine Funktion ermitteln, eine Verteilung der Kräfte, die da wirken, für das ganze Sonnensystem kriege ich eine Lösung, Kraft an der Stelle von verschiedenen Orten, als Lösung für so eine komplizierte Massenverteilung. Und da wird nicht nur der Raum verzerrt, sondern auch die Zeit. Die vergeht unterschiedlich schnell, je nachdem, wo ich in diesem Gravitationsfeld, was durch die vielen Massen sehr kompliziert wird, mich befinde. Es ist also ein Filter für Funktionen. Wir können dann versuchen, eine Lösung zu finden, also eine Differenzialgleichung ist so etwas wie eine feste, starre Struktur, das Naturgesetz. Ich gebe da jetzt irgendwie eine Massenverteilung ein und dann kann ich probieren, ob ich eine Lösung finde. Muss man suchen, das ist sehr mühsam. Die richtige Funktion, das sind diese Kurven hier, rote und die schwarze ist die richtige, welche dann die richtige Funktion ist. Also die Differenzialgleichung, in diesem Fall die Einstein-Gleichungen, sind ein Filter und wir müssen eine Funktion, das wäre Giant Error, ich könnte mir also irgendwelche Funktionen überlegen, pack die als Lösung, als mögliche Lösung für diese Gleichung ein und wenn es nicht hinhaut, dann war es die falsche. So kann man sich das vorstellen und das ist eigentlich sehr gängig in der Physik, in der Differenzialgleichung, als ein Fassen eines Naturgesetzes, eine mathematische Formulierung eines Naturgesetzes zu nutzen. Jetzt die Einstein-Gleichung, also es ist ein Ding, aber es ist in Zusammenfassung mehrere, das ist das Teil hier. In Leiden, da ist das hier, das ist ein Wikipedia-Bild, ist das hier an so eine Hauswand gemalt und hier sieht man einen Effekt, das ist ein Stern, das ist eine Masse und hier sind wir, wir beobachten das und da gibt es diese Einstein-Linsen und zwar kann ich eben hier, da sehe ich so einen Lichtkreis oder auch einzelne Bögen, weil diese große Masse hier verzerrt den Raum und durch die Raumkrümmung gibt es so einen Linseneffekt, das heißt, Lichtstrahlen werden abgelenkt und kommen dann zu uns als Beobachter, obwohl der Stern, von dem das Licht stammt, ist genau hinter dieser gigantischen Masse. Okay, dann sehe ich also hier so einen Ring und das ist also eine Raumverzerrung. Man könnte ja sagen, dass die große Masse das Licht anzieht und gravitativ ablenkt, das ist aber falsch, jedenfalls nach dem Standardmodell. Unsere Vorstellung vom Licht ist, ist ja mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, dass es immer genau geradeaus fliegt in der Raumzeit. Es fliegt geradeaus, sieht ja nicht so aus, aber es fliegt geradeaus, lokal in dem Raum, in dem es gerade ist, nur dass der Raum gekrümmt ist. Diese Krümmung kommt also nicht durch die, also das ist ein bisschen schwer vorzustellen, der Raum selber ist gekrümmt, aber innerhalb der Raumzeit fliegt das Licht, das meint das Licht jedenfalls geradeaus, der Raum selber ist gekrümmt. Okay, und diese Krümmung wird hier durch diese Gleichung beschrieben und wir sehen hier, also ich lese es mal vor, R µ µ minus 1 halb R, das ist jetzt ein Skalar, das hier ist ein Tensor mit dem µ µ plus Lambda. Das große Lambda ist die kosmologische Konstante, die ist hier schon eingetragen, obwohl sie Einstein dann ja wieder verworfen hat, weil sie nicht mehr notwendig war, aber das ist das Lambda, um das es heute geht. G µ µ ist gleich, 8 Pi g, das sind Konstanten, Gravitationskonstante, Pi und hier ist CO4, also hoch 4 von der Lichtgeschwindigkeit, mal T µ µ µ also einfach gesprochen, um es mal, also auf die Mathematik kann ich nicht eingehen, die ist vollkommen abgehoben, aber das T ist die Ursache der Verzerrung der Raumzeit und die linke Seite beschreibt dann, welche Funktionen oder sortiert die Funktionen raus, die das dann erfüllt, was dabei rauskommt. Also hier nochmal ein vergrößertes Bild von diesen 4 Termen in dieser Gleichung, 3 auf der linken Seite und 2 auf der, äh, einer auf der rechten Seite, T ist der sogenannte Energieimpulstensor, salopp gesagt, ist das die Quelle der Verbiegung der Raumzeit und R ist der Ritchie-Tensor, das würde ich mal so als Funktionsfilter bezeichnen, um es anschaulich, also versucht, das anschaulich zu erklären, beschreibt die Verbiegung und hier ist der metrische Tensor ein Maß für die Abstände und Winkel, also das in Raumzeit-Abstände, da wird auch die Zeit verzehrt und für die Winkel, die verändern sich auch in diesem verbogenen, in dieser verbogenen Galat-Masse und Lambda ist die kosmologische Konstante. In der Form Plus und für ein positives Lambda hat hier diese Konstante den Effekt, dass der Raum sich von selber ausdehnen würde, währenddessen er durch die Gravitation hier, das ist das T-Menü, zusammengezogen wird. Also die Gravitation verdichtet den Raum und hier dieser Term Plus Lambda mal G-Menü, solange Lambda positiv ist, lässt den Raum aufquellen und da kann man eben Gleichgewicht zwischen der Massenwirkung zusammenziehen in der Raumzeit und der Expansionswirkung von Lambda kann man Gleichgewicht erreichen. und das war die Idee von Albert Einstein. Also das ist die Differenzialgleichung, eine Tensorgleichung, die dann zerfällt, wenn man sie lösen will, in mehrere Gleichungen. Hier nochmal den Originaltext von Albert Einstein und zwar ist er hier stets, glaube ich, von 1917. Da hat er hier auf dieser Veranstaltung Sitzungsberichte der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Da hat er diese kosmologische Konstante vorgestellt. Und zwar ist das hier das Lambda und das ist gleich Kappa mal Rohhalbe. Kappa ist eine Konstante, die taucht hier in seiner Darstellung, seiner Einstein-Gleichung hier, das ist das Gleiche wie das, was ich gerade gezeigt habe, aber jetzt ein bisschen anders dargestellt. Hier das G-Mü-Nui, das ist eine Zusammenfassung von, da kommt dieser Ritchie-Tensor drin vor, das ist der Einstein-Tensor, aber jedenfalls hier steht dieses Lambda-G-Mü-Nui und Minus-Kappa und Kappa ist diese Naturkonstante, glaube ich, hoffentlich gebe das richtig wieder, ich habe es jetzt nicht richtig gescheckt, aber ich glaube, dass das die Gravitationskonstante, die Lichtgeschwindigkeit und Pi steht da drin, das ist also eine Konstante und hier steht Roh, Roh ist die mittlere Massendichte im Universum. Das hat was mit dem Dichte-Parameter zu tun, erkläre ich gleich, was das ist. Hier geht also die Massendichte ein und wenn das erfüllt ist hier, dann hätten wir ein stabiles Steady-State-Universum. Ich lese den Text mal vor, die neu eingeführte universelle Konstante Lambda beschreibt also sowohl die mittlere Verteilungsdichte Roh im Gleichgewicht, um Steady-State-Universum hinzukriegen, welche im Gleichgewichte verharren kann, als auch den Radius R, hier steht 1 durch R Quadrat des sphärischen Raums und dessen Volumen 2 Pi Quadrat R hoch 3. Einstein hatte also die Vorstellung eines geschlossenen Universums, eine große Kugel durch die Raumkrümmung und da haben wir sogar ein Radius. Er konnte also die Größe der Welt nach dieser Formel berechnen. Das war also nicht so, dass das Universum unendlich groß war in seiner Vorstellung, sondern es war eine Kugel mit einem bestimmten Durchmesser. Und der Durchmesser, der kann man direkt ausrechnen aus Lambda, was sich nur wiederum aus dieser Massendichte Roh hier errechnete. Ist also ein bisschen ein anderes Weltbild als wir es heute haben oder es ist eigentlich ganz anders. Trotzdem, die kosmologische Konstante ist heute sehr, sehr wichtig geworden, aus einem ganz anderen Grund. Die Gesamtmasse M der Welt ist nach unserer Auffassung endlich und zwar gleich und dann geht der Text weiter, kommen wieder Formeln, also die Masse der gesamten Welt, nicht unserer Erde, sondern des ganzen Universums, die kann man eben nach dieser Formel ausrechnen. Okay, diese Vorstellung ist falsch, jedenfalls nach heutige Auffassung, die kann sich aber auch wieder ändern, so Auffassungen von unserer Welt ändern sich gerne mal, aber jedenfalls, wir haben heute die Vorstellung, dass die Welt ist unendlich, sie ist flach, sie ist unendlich ausgedehnt, man kommt also nicht wieder an dieselbe Stelle zurück, von der man losgeflogen ist, wenn man in dieselbe Richtung immer fliegt. Auf der Erdoberfläche ist das so, wenn ich in dieselbe Richtung gehe, komme ich nach einer Weile von hinten wieder an die Stelle, wo ich losgegangen bin. In unserem Universum nicht, das ist flach und unendlich, ich kann also tausende von Milliarden von Lichtjahren, das geht natürlich nicht, aber jedenfalls im Prinzip, mich fortbewegen und komme immer wieder, so unsere Vorstellung, in immer neue Bereiche des Universums. Übrigens sieht es da überall genauso aus, auch das so eine Vorstellung kann man nicht beweisen, aber wenn wir uns mit Lichtgeschwindigkeit bewegen können, in einem nicht schnellen Raumschiff, dann könnten wir das Ende der Welt erreichen, in 13,6 Milliarden Jahren Entfernung, weil es vergeht keine Zeit im Raumschiff, wir wären also sozusagen sehr rasch, fast momentan, wären wir am Ende der Welt und würden weiterfliegen und immer würden wir dasselbe sehen, es wäre nicht, nein, dasselbe ist vielleicht falsch, sondern das gleiche, es hört also nicht auf, es kommen immer wieder neue Galaxien, Galaxienhaufen und große Voids, das sind die Leerräume, wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs wären, würde zwar zu Hause eine unglaublich lange Zeitspanne vergehen, Milliarden Jahre, Milliarden Jahre, Milliarden Jahre, für uns vielleicht nur Sekunden oder Stunden, und wir fliegen durch Bereiche dann des Universums, die gar nicht mehr von der Erde sichtbar sind, obwohl wir uns ja nur von der Erde aus gesehen mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und deswegen bis zum Rand der Welt, da bräuchten wir eben 13,6 Milliarden Jahre für eine Uhr auf der Erde, aber für die Uhr in unserem Raumschiff vergehen, also wenn wir nicht genau mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, sagen wir mal ein bisschen langsamer, vergehen vielleicht bis zum Ende der bekannten Welt nur Monate und wir fliegen dann weiter und es sieht immer gleich aus, es sieht immer, das ist jedenfalls unsere Vorstellung, das Universum ist unendlich und überall gleich alt. Gut, ja, das ist eine ganz andere Vorstellung, jedenfalls, das ist diese kosmologische Konstante damals eingeführt und wenn ich die so anknüpfe, hier an die Massendichte, also an die, roh ist die Massendichte, also das, was das Universum zusammendrückt, Lambda drückt es wieder auseinander und wenn das im Gleichgewicht ist, so wie hier definiert, dann haben wir ein Steady State Universum, allerdings instabil, also jedenfalls erstmal ein Gleichgewicht und daraus kann ich dann auch noch einen Radius der bekannten Welt oder der existierenden Welt und die Gesamtmasse ausrechnen. Ja, so der Originaltext von Albert Einstein, als er diese kosmologische Konstante vorgestellt hat. Ja, jetzt kommt es eben darauf an, wie groß diese kosmologische Konstante im heutigen Bild ist. Wir haben jetzt also eine Veränderung gegenüber dieser Diskussion aus dem Jahr 1917 und zwar haben wir den Urknall. Also am Anfang ist alles auseinandergeflogen. Da spielt also erstmal gar keine Rolle, ob da die Massenanziehung zwischen den ganzen Galaxien, ob die existiert oder nicht, sondern es fliegt einfach auseinander. Und wenn wir jetzt eine Massenanziehung haben, dann würde dieses Aufquellen unseres Universums im Hefeteig würde sich verlangsamen, weil zwei Galaxien, die auseinanderfliegen, die ziehen sich an und dann würde sich diese Geschwindigkeit, mit der sie sich entfernen, verlangsamen, weil die Gravitation bremst die Expansion. Je nachdem, wie groß diese Massendichte im Universum ist, die war ja erstmal unbekannt, heute haben wir so einen Messwert, aber sie war unbekannt, wenn wir eine sehr hohe Massenkonzentration im Mittel hätten, jetzt über Millionen Lichtjahre gemittelt, also die Massendichte im Mittel, wenn die groß wäre, dann würde die die Expansion, es ist hier die Expansion, Zeit geht nach oben, würde das Universum also rasch aufquellen und dann irgendwann die Expansion stoppen durch die Gravitationsanziehung und dann würde sich die Expansion umkehren, die Galaxien würden aufeinander zufliegen und dann gäbe es einen Big Crunch, also so einen Zusammenknall, also die Umkehrung des Urknalls bei ausreichender Massendichte. Diese drei Bilder sind hier für ein Lambda gleich Null, also ohne eine abstoßende Antigravitation. So, dann hätten wir vielleicht eine geringere Massendichte, dann würde sich die Expansion immer fortsetzen, aber verlangsamen. Es würde also hier so, ja, vielleicht dann so ein konstanter Durchmesser des Universums geben, allerdings wird es auch irgendwann wieder umkehren und dann gibt es noch die Möglichkeit einer geringen Massendichte, dann würde die Expansionsgeschwindigkeit irgendwann einigermaßen konstant bleiben und das Universum würde immer weiter expansieren, sich die Galaxien immer weiter voneinander entfernen, bis man in einer Galaxie gar nicht mehr eine andere Galaxie wahrnehmen kann. Dann würde man denken, man wäre die einzige Galaxie im Universum. Ja, das wäre dieses Coasting Universe, hängt also von der Massendichte ab. Diese drei Bilder berücksichtigen nicht eine kosmologische Konstante, wie gesagt, die brauchten wir eigentlich gar nicht mehr mit der Urknallgeschichte. Jetzt haben wir aber ein Problem und zwar haben wir vor kurzem Messungen gemacht, also nicht wir, sondern das war so eine Supernova-Kollaboration und zwar zwei verschiedene, unabhängig voneinander, haben ungefähr zu Jahrtausendwende rausbekommen, dass sich die Expansionsgeschwindigkeit des Universums beschleunigt. Ja, und wenn man irgendwie beschleunigt, dann muss man Gas geben. Also Gas geben heißt Energie einfüttern, muss irgendwo Energie herkommen, wo kommt die denn her? Ja, und je nachdem, wie die Geschichte der Expansionsgeschwindigkeit in der Vergangenheit verlaufen ist und wir schauen ja, wenn wir in die große Entfernung gucken, also Milliarden Lichtjahre Entfernung, schauen wir immer in die Vergangenheit. Wir wissen nichts über die Zukunft des Universums. Das können wir nur ausrechnen aufgrund der zeitlichen Entwicklung der Vergangenheit. Über die Vergangenheit des Universums kriegen wir Informationen, indem wir weit genug weggucken. Also wenn wir eine Milliarde Lichtjahre entfernte Objekte studieren, dann sehen wir diese Objekte in einem Zustand vor einer Milliarde Lichtjahre entfernt sind, dann sehen wir das Universum in dieser lokalen Umgebung in einem Zustand vor zwei Milliarden Jahren. Also wir schauen in die Vergangenheit. Das heißt, wir können rauskriegen, wie stark das Universum vor einer, vor zwei oder vor fünf Milliarden Jahren expandiert hat. Und es war nicht konstant. Es war langsamer. Langsamer. Das ist aber falschrum. Durch die Gravitationsanziehung sollte sich ja die Expansionsgeschwindigkeit abschwächen. Das heißt, es sollte heute sehr viel langsamer expandieren als vor fünf Milliarden Jahren oder vor zehn Milliarden Jahren. Das stimmt aber nicht. Wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann sehen wir eine langsamere Expansionsgeschwindigkeit als heute. Heute expansiert das Universum wieder schneller als vor ein, zwei, drei Milliarden Jahren. Das kann man über solche Beobachtungen von Galaxien und deren sich entfernen. In solchen großen Entfernungen kann man das rausfinden. Ja, und dann gibt es diese verschiedenen Kurven hier. Also jetzt erstmal Theoriekurven und dann kann man da die Messwerte reinplotten und gucken, welche Kurve ist denn die richtige. Die Messwerte gibt es nur links von uns. Also das ist hier uns, jetzt ist heute null. Das ist die Vergangenheit, das ist die Zukunft und zwar in Gigajahren, also Milliarden Jahren. Die gängige Lehrmeinung ist, das Universum ist 13,6 oder 7 Milliarden Jahre alt. Das wäre also hier ungefähr, da wo diese violette Kurve abtaucht. Wir sind also hier und dieser Parameter A0 hier, das ist A0 und das ist sowas wie die Größe des Universums. Also so eine Einheitsgröße. Also jetzt ist das Universum so groß wie jetzt, also 1. Und wenn wir jetzt zurückgehen in der Zeit, entweder 15 oder noch mehr Jahre, dann war es eben nur halb so groß. Und so weiter. Und das hat was mit der Expansionsgeschwindigkeit zu tun. Und jetzt gibt es hier vier verschiedene, fünf verschiedene Kurven. Erstmal gibt es hier diese Kurve, Omega M ist die Massendichte, also nehmen wir an, es gäbe keine kosmologische Konstante, die ist 0 und es gäbe nur Masse. So, dann haben wir den Fall, das Universum expandiert, die Gravitation bremst die Expansion ab und es knallt wieder zusammen. Das ist die blaue Kurve. Für 1 Sigma Masse, das ist die Massendichte in Einheiten der kritischen Dichte, sechsmal so hoch wie die normale Masse und dann knallt es wieder zusammen. Und das würde aber bedeuten, in einer anderen Richtung kann man das zurückrechnen, dass das Universum nur sechs Milliarden Jahre alt ist. Jetzt gibt es aber Sterne, die sind zwölf Milliarden Jahre alt. Man kann das Alter eines Sterns bestimmen. Ja, das haut nicht hin. Also blau ist mal auf alle Fälle falsch, weil wir Objekte haben, die älter sind als sechs Milliarden Jahre. Ja, und dann gibt es eben diese grüne Kurve, das ist so ein Mittelwert irgendwie und dann gibt es hier diese, was ist das für eine Farbe hier, so Beige, Beige oder so was, die ist schnurgerade. Schnurgerade ist Empty Universe. Es knallt auseinander und die Geschwindigkeiten bleiben konstant, fliegt einfach alles mit konstanter Geschwindigkeit auseinander, dann wäre das Universum knapp 15 Milliarden Jahre alt. Passt ungefähr, ja. Und dann gibt es noch diese blaue Kurve, das ist mit einer kosmologischen Konstanten von 1. Es ist höher als die, die wir tatsächlich haben. Dann würden wir der violetten Kurve folgen und die Expansion würde, angetrieben durch die Antigravitation, kosmologische Konstante ist ja Antigravitation, würde immer stärker expansieren, immer schneller. Und wenn man das zurückrechnet, dann, das sehen wir hier an der violetten Kurve, der obersten, dann wäre das Universum sehr viel älter, als wir heute denken. Also es hat was damit zu tun, was für Annahmen wir machen über die Entwicklung der Expansionsgeschwindigkeit in der Vergangenheit, wie alt das Universum ist. Das haben wir auch hier gesehen. Der Urknall ist unterschiedlich lange her, je nachdem, was wir hier annehmen über die Veränderung der Expansionsgeschwindigkeit. Sicher ist, sie war nicht konstant. Aber was richtig ist, ist so ein Mittelding zwischen der blauen und der dunkelblauen Kurve. Das ist nämlich hier diese diese violette Kurve und zwar kommen wir hier aus dem Urknall vor 13,67 Milliarden Jahren raus und dann hat sich erstmalig die hohe Massendichte, als das Universum noch hochdicht war, hat sich die Expansionsgeschwindigkeit rasch abgesenkt und wir sind jetzt in dem Bereich, wo die Expansion wieder beschleunigt. Und das kann man eben messen. Man kann es hier zurückverfolgen und sieht tatsächlich die Zunahme der Expansionsgeschwindigkeit. Zunahme der Expansionsgeschwindigkeit geht nur mit Antigravitation, also ist die kosmologische Konstante nicht Null. Ja, das ist sehr verblüffend, weil nach den meisten Vorstellungen, außer der Stringtheorie, muss die kosmologische Konstante Null sein, sonst haut es irgendwie nicht hin. Also kosmologische Konstante, das ist dieses Lambda-CTM, das ist die Standardtheorie hier, die heute gültig ist, die violette Kurve und da ist eben die kosmologische Konstante 0,7 in diesen speziellen Einheiten, 70% der Gesamtenergiematerie im Universum, 0,77% ist dunkle Energie und die dunkle Energie ist die Vakuomenergie und sie hat eine Antigravitationswirkung. Ja, also damit ist die kosmologische Konstante von Albert Einstein rehabilitiert, aber nicht, um ein Steady State Universum zu produzieren, sondern weil wir das, weil die Kosmologen das gemessen haben, die Expansionsgeschwindigkeit beschleunigt wieder und deswegen brauchen wir eine sehr kleine, aber nicht nullseiende positive kosmologische Konstante, um diese Einstein-Gleichung, um diesen Term zu ergänzen, der als einziger in der Lage ist, jedenfalls nach heutigem Wissen, die beschleunigte Expansion zu beschreiben. Das ist erst mal ein mathematisches Objekt. Lambda wird mit diesem Summanden-Term Lambda mal G-Menü in diese Differenzialgleichung eingebaut und dann kommt als Lösung so eine Kurve dabei raus. Wir brauchen allerdings noch einen physikalischen Mechanismus. Was ist denn diese Antigravitation? Das ist erst mal, er hat es, also Einstein hat es als mathematisches Objekt, kann man machen, man hat eine Differenzialgleichung, ich kann ja auch sonst was addieren, ich kann ja noch ein Kilo Tomaten addieren oder sonst was, ist natürlich Unsinn. Ich muss einen Term da reinbringen, der Sinn macht, die richtige Einheit hat, also Tomaten kann ich nicht mit Kilogramm, na ist egal. Also jedenfalls muss der richtige Term sein, der dann diese Auswirkung hat, aber ich brauche eine physikalische Interpretation für diesen Term, für die kosmologische Konstante. Was ist das für eine, ist eine Energie, was ist das für eine Energie und diese Interpretation haben wir heute noch nicht. Gut, wir brauchen also die kosmologische Konstante, damit wir die zunehmende Expansionsgeschwindigkeit des Universums, das experimentell wurde das bewiesen, erklären können. Und der Wert der heutigen, also man kann das an verschiedenen Daten überprüfen, der Wert der heutigen kosmologischen Konstanten ist sehr klein, wenn es sehr viel größer wäre, dann würde das Universum mit großer Gewalt auseinanderfliegen und sich die Massen, also die Sterne oder auch die Gaswolken viel zu rasch voneinander entfernen, als dass sich Galaxien hätten bilden können, aber es muss also ein sehr kleiner Wert sein, damit es überhaupt Sterne und Galaxien gibt, aber es ist sehr klein. Also das ist der Wert hier. Ich hatte ja diese Einführung der kosmologischen Konstanten von Albert Einstein gezeigt und da war die Konstante gleich 1 durch R Quadrat und R war der Durchmesser dieser Weltkugel von Albert Einstein. Die Einheit der kosmologischen Konstanten ist also 1 durch Quadratmeter. Das stimmt also überein mit der ursprünglichen Version von Albert Einstein und der heutige Wert wird eben abgeschätzt beziehungsweise in Wikipedia hier ist das ein erstaunlich genauer Wert, wurde bestimmt auf 1,1 mal 10 hoch minus 52 pro Quadratmeter. Das entspricht einer sehr, sehr geringen Energiedichte. Das wäre ja in etwa die dunkle Energie, die man da verantwortlich macht. Man kann also die kosmologische Konstante ist eine Antigravitation einer Masse zuordnen und diese Masse wiederum dann einer Energie, weil Masse gleich Energie ist. Ich kann also die kosmologische Konstante auch als eine Energie oder Massendichte im Universum bezeichnen. von Antigravitationsmasse, wenn man so will, aber wenn überhaupt, ist sie sehr klein. Also wenn man dachte, die dunkle Energie würde vielleicht, wenn man mal wüsste, was das nur eigentlich ist, unser Energieproblem auf der Erde lösen, das haut nicht hin, weil die Energie, die Vakuum-Energiedichte, die also mit der kosmologischen Konstante verknüpft ist, das ist die dunkle Energie, liegt bei 3,35 Gigaelektronenvolt pro Kubikmeter. Gigaelektronenvolt hört sich jetzt nach viel an, Milliarden Kilowattstunden, aber ein Gigaelektronenvolt, Elektronenvolt ist eine sehr kleine Einheit für Atome und Elektronen und sowas und 3 Gigaelektronenvolt, das sind ungefähr die Energie, die in drei atomaren Masseneinheiten drin steckt. Das ist also die Energie, die drei Wasserstoffatomen entspricht, wenn ich die in Energie umwandeln würde. Das ist also ganz wenig Energie. Die dunkle Energie werden wir vorerst wohl nicht als Energiequelle für uns nutzen können. Ja, das ist also die Vakuum-Energiedichte für ein leeres Vakuum. Das ist also nichts drin, da sind auch keine Wasserstoffatome drin, sondern nur der Vakuumblock, ein Kubikmeter, enthält Energie. Also Vakuum hat Substanz, Masse und Energie und zwar das Massenequivalent von ungefähr drei Wasserstoffatomen. Also ich hoffe, ich habe das richtig recherchiert. Es gibt da Publikationen aus verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Zahlen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier die neuesten Zahlen. Also drei atomaren Masseneinheiten entspricht also der Massenenergie von drei Wasserstoffatomen pro Kubikmeter. Ja, das ist ungefähr nichts. Und die gesamte Massendichte zum Vergleich jetzt, also Massenplusenergie, die Massendichte, kritische Dichte ist das, also nahe der kritischen Dichte im Universum, damit der Raum, die Raumzeit flach ist, sind 9 mal 10 noch minus 27 Kilogramm pro Kubikmeter und das sind etwa 5 AMU. Also 5 Wasserstoffatome ist etwa die mittlere Massen und Energie, also die Energien und Massen, also dunkle Materie ist damit eingerechnet und dunkle Energie. Wenn ich das addiere, komme ich auf eine Energie-Massenäquivalenz von 5 Wasserstoffatomen. Davon sind drei diese sogenannte Vakuumenergie, also die dunkle Energie und das sind ja so ganz grob 70%. Wie gesagt, die Zahlen, die ich recherchiert habe, die schwanken so ein bisschen. Es gibt sicher ganz aktuelle Zahlen, aber da habe ich jetzt nicht genau genug recherchiert. Das ist so ungefähr das, was heute so gängig ist. Also 5 Wasserstoffatome, gesamte Energie und Materie, die ich dem Universum im Durchschnitt, ist ja wenig, weil also in so einem kleinen Kubikzentimeter Luft sind so 10 hoch 21 Sauerstoff- und Stickstoffatome oder Moleküle, also jede Menge, also viel mehr, 10 hoch 21 und es sind plus 5 im Mittel. Das liegt daran, dass im Kosmos diese riesigen Leerräume sind, diese Voids und da ist überhaupt nichts drin, außer der Vakuumenergie. Okay, also und das ist die kosmisch logische Konstante, die zu diesem sehr niedrigen Massenenergiewert hier passend ist. Wir haben also eine nicht negative, das gibt es ja auch noch, dann würde das Universum sofort zusammenschnurren, also ein theoretisches Universum, sondern wir haben ein Universum mit einer endlichen positiven kosmologischen Konstanten, aber der Wert ist sehr, sehr klein. Ja, jetzt müssen wir dafür, das ist sowohl aus der Theorie als auch eben jetzt hier experimentell beobachtet worden, zumindest die Erklärung für die beschleunigte Expansion, jetzt müssen wir dafür Mechanismus finden. Was ist denn das denn? Was ist denn eine Vakuumenergie? Ja, da gibt es eine mögliche physikalische Ursache dafür. Also es gibt tatsächlich einen Druck des leeren Vakuums und der stammt aus den Vakuumfluktuationen. Und da gibt es hier, ist auch eine Wikipedia-Seite, das schöne Bild hier, den sogenannten Casimir-Effekt. Da werden zwei elektrisch leitfähige Platten, Metallplatten, ganz dicht aneinander gestellt mit einem Leerraum hier dazwischen. Und in diesem Leerraum, da sind nur stehende Wellen erlaubt, elektromagnetische Wellen, also eine Radiowelle mit ganz kurzen Wellenlängen. Und die Wellenlängen sind auch noch quantisiert durch die Randbedingungen. Wenn die Platten elektrisch leitfähig sind, dann muss hier ähnlich wie bei einer Gitarrenseite, die eingesperrt sind, muss am Rand ein Knoten sein. Also bei der Welle darf am Rand nichts schwingen, weil da diese Metallplatten sind. Da ist sozusagen die elektromagnetische Welle eingespannt. So, dann kann ich also nur bestimmte harmonische der Grundlänge, also dieses Abstands hier zulassen, also die grundharmonische, die erste Oberwelle, die dritte Oberwelle. Das heißt, die elektromagnetischen Wellen, Radiowellen, die erlaubt sind, in diesem Bereich zwischen den beiden Platten, das sind nur ganz wenige, also nach oben hin zu kürzeren Wellenlängen sind es unendlich viele, aber gemessen an der Vielfalt an elektromagnetischen Wellen außerhalb dieses Bereichs, sind es sehr viel weniger. Jetzt kann man sagen, ja, so what, es ist doch gar kein Feld zwischen zwei Metallplatten. Da sind ja gar keine Wellen. Ich habe da auch, ich mache dieses Experiment in so einem Void, in so einem Void zwischen den Galaxien, da ist nichts, da sind auch keine Radiowellen. Wieso rede ich denn da jetzt von Radiowellen? Weil wir Nullpunktsfluktuationen haben. Das ist ein quantenmechanisches, ja, so eine Art Grundzittern. Wenn ich ein System habe, was schwingungsfähig ist, und das ist die leere Raumzeit in jeder Mode, das ist eine bestimmte Wellenlänge, in jeder Mode der elektromagnetischen Strahlung, dann kann eine solche Mode, also eine Gitarrenseite, nicht schwingen. Das geht nicht. Es gibt eine Nullpunktschwingung, und das kommt durch die quantenmechanische Unschärfe, also auch eine eingesperrte, eingesparte Gitarrenseite, wenn ich sie nicht zupfe, und ich gucke mal ganz genau hin, die zittert auch. Das liegt an dieser Ortsimpuls- Unschärfe-Relation. Es gibt überall in unserer ganzen Welt ein quantenmechanisches Grundzittern. So, es gibt also diese Wellen, sie sind nicht null, sie sind ganz schwach, aber sie sind da. So, jetzt gibt es hier drinnen ganz wenig Wellen, und da draußen gibt es jede Menge Wellen. Es ist so, dass diese Wellen, elektromagnetische Wellen, also das sind Nullpunktsfluktuationen, das sind auch Photonen, Lichtzeichen, die haben Energie, das heißt die Energie dieses elektromagnetischen Feldes ist nicht null, sondern sie ist ja klein, aber es ist nicht null, und sie haben Impuls. Also Energie ist ja gleich Masse, die bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, und jetzt kann man sich das vorstellen wie ein Gas, ein Photongas. Hier von außen, diese großen blauen Pfeile, prasseln da also diese quantenmechanisch nur für kurze Zeit existenzfähigen virtuellen Photonen sind das, prasseln also auf diese Platten von außen, und innen prasseln welche dagegen, aber viel weniger. Und wenn das ein Gasdruck wäre, dann ist klar, dass der Gasdruck von außen viel größer ist als der von innen. Und es liegt, um es nochmal zu wiederholen, hier geht es nicht um wirkliche Photonen, sondern es geht um die Nullpunktsfluktuation, die aber durchaus eine reale Energie haben, und da draußen sind das ganz unterschiedliche Wellenlängen. Alle Wellenlängen sind draußen zugelassen, weil der Raum unendlich ausgedehnt ist, und hier drinnen sind aber nur ganz wenig zugelassen, gibt es wenig Gegendruck. Das heißt, die beiden Metallplatten ziehen sich an. Das ist der Casimir-Effekt. Ja, es gibt zwei Erklärungen für den Casimir-Effekt ein, mit diesen Quantenfluktuationen oder Vakuumfluktuationen, der ist schön faszinierend, da kriegt man so einen kalten Schauer auf den Rücken, Vakuumfluktuationen. Das Nichts ist doch was. Und das ist der experimentelle Beweis, das kann ich in meinem Wohnzimmer nachvollziehen. Also man kann das Experiment tatsächlich im kleinen Raum machen, es ist allerdings trotzdem ein schwieriges Experiment. Vor allen Dingen darf man erstmal kein Gas haben, also kein richtiges Gas, also im Hochvakuum und so weiter. Aber man kann es im Labor nachvollziehen. Und dann ziehen sich diese beiden Platten an und dann denkt man, okay, das ist der Beweis für die Vakuumfluktuation. Ja, man kann es aber auch durch die simple Van der Waals-Anziehung erklären. Das ist die Anziehung, mit der so eine Spinne an der Decke laufen kann. Ja, die hat auch eine kurze Reichweite und sowas alles. Ja, kann man machen. Ja, es gibt es allerdings, das sind zwei Erklärungsmöglichkeiten, die erstmal auf den ersten Blick unterschiedlich ausschauen. Allerdings haben die physikalisch im Formalismus eine gewisse Ähnlichkeit. Also ich brauche jedenfalls erstmal keine Vakuumfluktuation, um diese Anziehung zu erklären. Aber sie lässt sich sehr elegant, die Anziehung über die Vakuumfluktuation berechnen. Es gibt auch ein neueres Paper hier, das habe ich mal nachgeschaut. Das ist hier aus dem Journal für Physik. Das ist von dem IOP, Institut of Physik, zusammen mit der Deutschen Physikalischen Wissenschaft. Das New Journal of Physics hat publiziert 2007 hier Ulf Leonard und Thomas Philbin. Die haben sich mit diesem Casimir-Effekt beschäftigt und zwar für exotische Materialien. Und zwar braucht man ein left-handed, optisch aktives System. The repulsive Casimir force of a left-handed material. Das ist ein spezielles Material hier unten drunter. Die kann abstoßend sein. Und ob man das noch mit Van der Waals-Wechselwirkung, also einer klassischen Wechselwirkung erklären kann, ohne Quantenmechanik, wage ich zu bezweifeln. Also das ist nur ein Gedankenexperiment, hat noch nicht funktioniert. Aber nach Ihren Ergebnissen in diesem Paper hier müsste das klappen. Da hätten wir eine abstoßende Kraft, eine Quantenlevitation. Also weil es eben mit diesen Vakuumfluktuationen funktioniert, der Casimir-Effekt, haben wir also Quanten und Levitation heißt, diese obere Platte hier im Vakuum schwebt über der unteren, gegen die Gravitation. Also es findet statt im Erdmagnetfeld, äh, nicht Erdmagnetfeld, sondern im Erdgravitationsfeld. Quantenlevitation mit diesem speziellen Material hier unten drunter. Und das ist dann schon ein bisschen eindrücklicher Nachweis, also wenn dieses Experiment funktionieren sollte, dass es wohl doch eher mit den Quantenfluktuationen funktioniert. Ja, also es ist noch so ein bisschen so eine wackelige Sache mit den Quantenfluktuationen. Sie werden an vielen Stellen gebraucht, also auch bei Laser-Emissionen und ähnlichen. Aber der direkte Nachweis ist schwierig. Also man kann immer auch eine klassische, ohne Quantenmechanik eine Erklärung finden, aber hier solche Sachen deuten schon darauf hin, dass wir den Casimir-Effekt wirklich als etwas sehen können, sowas wie einen direkten Beweis eines Drucks des leeren Raums. Und dieser Druck hier in diesem Bild drückt die beiden Platten zusammen und im Fall des Universums ist es ein bisschen Druck von den riesigen Räumen drückt es das Universum auseinander. Das wäre also im Bild des Vertondrucks ein Auseinanderquellen des Universums. Also das drückt jetzt auf die Galaxien, treibt es auseinander und das wäre eine Erklärung. Nur da gibt es ein kleines Problem oder vielmehr ein ziemlich großes Problem. Moment mal, in welche Richtung? Ich habe in die falsche Richtung geklickt. Und zwar, wenn wir jetzt diese Erklärung, ich habe jetzt für die endliche kleine kosmologische Konstante einen physikalischen Mechanismus gebracht, der die kosmologische Konstante das Auseinanderquellen erklären könnte. Aber der passt eben leider gar nicht auf die experimentellen Probleme. Und das ist eines der großen, ungelösten Probleme der Physik. Why does the Zero-Point-Energy, also die die Nullpunktsfluktuationen, das sind die Quantenfluktuationen, diese blauen Pfeile. Zero-Point-Energy, all the quantum vacuum, das Quantenvacuum, Nullpunktsfluktuation. Not cause a large cosmological constant. What cancels it out. Weil die auseinandertreibende Kraft auf der Basis des Casimir-Effekts ist um den Faktor, wo steht er hier, 10 hoch 120. Also 10 hoch 2 ist ja 100, 10 hoch 3 ist 1000, 10 hoch 4 ist 10.000. Das ist Exponentialdarstellung. Und das ist jetzt 10 hoch 120. Das ist eine 1 mit 120 Nullen. Die würde als die kosmologische Konstante rauskommen, wenn wir diese Quantenfluktuationen nehmen würden als Effekt. Da kommt eine viel zu große kosmologische Konstante raus. Also sie ist geradezu fantastisch viel zu groß. 10 hoch 20. Ich lese den Text hier mal vor. A major outstanding problem in Physik is that most quantum field theories predict the huge value for the quantum vacuum. Also diese Nullpunktsfluktuationen. Riesenwerte. Casimir-Effekt. A common assumption is that the quantum vacuum is equivalent to the cosmological constant. Also diese Effekte des Quantenvakuums sind die kosmologische Konstante. We would expect a cosmological constant of the order of m Planck Quadrat. Es ist jetzt wieder so eine Theorieeinheit. The measured cosmological constant, also der Messwert, den ich gerade gezeigt habe, 10 hoch minus 52 Quadratmeter, is smaller than this by a factor of 10 to 120. Also ein 10 hoch 120 kleiner ist die Messung gegenüber diesem m Planck Quadrat. Es ist viel zu groß. Also und das ist also eine riesen Diskrepanz zwischen Theorie. Okay, wir kriegen die kosmologische Konstante aus dem Casimir-Effekt, also den Quantenfluktuationen. Nur die theoretisch berechnete kosmologische Konstante ist 10 hoch 120 mal größer als der Messwert. This discrepancy, also Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment, has been called the worst theoretical prediction in the history of physics. Das war die schlechteste theoretische Vorhersage in der Geschichte der theoretischen Physik, möchte ich mal sagen. Also das mit diesem Casimir-Effekt, also den Vakuumfluktuationen der kosmologischen Konstanten, das haut überhaupt gar nicht hin. Wir haben also keine Erklärung für die kosmologische Konstante. Wir haben sie gemessen, dass die Expansionsgeschwindigkeit beschleunigt, aber wir wissen nicht warum. Wir haben einen Grund gefunden, das sind die Quantenfluktuationen, die würden das machen, aber dann würde das Universum innerhalb von ein paar Sekunden uns um die Ohren fliegen. Also es haut nicht hin. Ja, es gibt es noch andere Ideen, wie man an das Problem herangehen könnte. Also wir brauchen eine kosmologische Konstante, die nicht null ist, aber positiv und ganz klein. Und da gibt es das anthropische Prinzip. Und zwar Enrico Fermi, auch so ein ganz berühmter Physiker, hat die Größe der kosmologischen Konstanten auf der Basis des anthropischen Prinzip annähernd richtig vorhergesagt. Und zwar ist die Grundlage, ich lese es mal vor, das Prinzip, das ist wirklich ein interessantes Prinzip. Also wir denken über den Kosmos nach, warum er so ist, wie er ist, dass es uns gibt. Aber wenn es anders wäre, könnten wir ja nicht drüber nachdenken. Also muss es so sein, damit wir darüber nachdenken können. Ja, also mir kommt es vor wie so ein geistiger Kurzschluss, wenn man Plus und Minus zusammenbringt oder so. Aber ich lese mal das Prinzip vor, das habe ich jetzt selber formuliert, vielleicht kann man das noch besser formulieren. Damit wir existieren können, müssen die Naturkonstanten in einem sehr engen Intervall liegen. Wären sie anders, gäbe es niemanden, der darüber nachdenken kann. Ja, also das heißt, die Ursache, dass die Konstanten, also wie zum Beispiel kosmologische Konstanten, in diesem engen Intervall liegen, also nahe bei Null, aber nicht genau Null, die Ursache dafür, die Begründung ist, damit es uns gibt. Ja, andererseits lehnen die Physiker für gewöhnlichen Intelligent Design, einen Schöpfer ab. Aber Enrico Fermi hat, also da war es noch nicht klar, was die kosmologische Konstante ist. Die meisten haben an, sie ist Null. Und Enrico Fermi hat gemeint, ja wenn sie größer wäre als so und so viel, dann würde der Kosmos zu schnell auseinanderfliegen und es gäbe keine Sonnen und keine Planeten und Galaxien schon gar nicht. Also muss sie kleiner sein als eine bestimmte Obergrenze. Und diese Obergrenze, die passt verblüffend genau auf den heute bekannten wirklichen Wert der kosmologischen Konstanten. Also mit dem antropischen Prinzip hat Enrico Fermi die Größe der kosmologischen Konstanten richtig vorhergesagt. Als wäre ein intelligentes Wesen am Werk und hätte sich überlegt, so, ich brauche einen vernünftigen Gesprächspartner in diesem Universum, was ich mir gerade geschaffen habe und da kann ich die kosmologische Konstante nicht größer machen als diese 10 hoch minus 52 Quadratmeter. Und dann hat er seine Stellschrauben so eingestellt und schwupps, es entsteht in diesem Universum intelligentes Leben. Ja, das ist eben, mit einem Schöpfer kann man eigentlich alles erklären, aber es ist irgendwie, also Kreisschluss, ne? Also die Konstanten sind so, dass es uns gibt, damit es uns gibt und wir dann darüber nachdenken können, warum die Konstanten so sind. Das ist irgendwie ein Kreisschluss, außer man glaubt eben an einen Schöpfer, der sich das alles überlegt hat. Ja, zurück zu dem Buch. Ich wollte ja eigentlich über den Inhalt, das mache ich auch die ganze Zeit, von dem Buch von Herrn Saskind, wollte ich berichten. Und wir kommen jetzt noch mal zu dem Buch, richtig. Ja, also er hat da ein Gegenbeispiel gebracht. Also Herr Saskind ist nicht Anhänger des anthropischen Prinzips. Eigentlich ärgert er sich die ganze Zeit darüber, dass das so eine Art geistiger Kurzschluss ist. Also es gibt uns, weil diese Konstanten so sind und sie sind so, weil es uns gibt. Also irgendwie komisch. Und er bringt ein anderes Beispiel. Frage, warum hat der Mensch ein so großes Gehirn? Und er könnte nicht darüber nachdenken, wenn er kein so großes Gehirn hätte. Na, so ähnlich, ne? Wir denken darüber nach, warum die Konstanten so sind. Oder warum haben wir so ein großes Gehirn? Wir bräuchten nicht darüber nachzudenken, wenn wir nicht so ein großes Gehirn hätten, weil da könnte man gar nicht denken. So, er könnte nicht darüber nachdenken, wenn er kein so großes Gehirn hätte. Also hat er deshalb ein so großes Gehirn, damit er darüber nachdenken könnte. Das wäre jetzt dieselbe Argumentation wie bei den Naturkonstanten. Also eine analoge Argumentation, nur nicht mit der genauen Definition der Naturkonstanten, damit wir intelligente Wesen entstehen, sondern nur bezogen auf die Größe des Gehirns, damit wir darüber nachdenken können. Das ist auch ein Kreisschluss. Irgendwie ist das unbefriedigend. Aber wir wissen im Fall der Größe des Gehirns schon die wirkliche Ursache. Es gibt eine richtige Ursache. Also eine richtige Ursache im Sinne der Naturwissenschaft. Und zwar ist ein großes Gehirn, insbesondere Fähigkeit zu reden, was ich jetzt die ganze Zeit tue, reden, Kommunikation und auch die Bildauswertung sehen können und denken können, sich was merken können, gutes Gedächtnis, sind ein enormer Überlebensvorteil. Also die ersten Urmenschen, als die sagen konnten, da kommt ein Säbelzahntiger, wir sollten jetzt besser mal wegrennen. Also früher haben sie nur sagen können. Es ist nicht so gut. Es ist besser, Achtung, Säbelzahntiger von rechts. Dann wissen die Kollegen schon mal Bescheid, was jetzt auf sie zukommt. Also reden ist ein Riesenvorteil, kostet aber einen Haufen Gehirnsubstanz und erst recht sich zu merken, oh an dieser Stelle war letztes Mal vor zwei Wochen schon ein Säbelzahntiger, jetzt gehe ich mal lieber woanders lang. Also ein Gedächtnis. Die ganze Intelligenzleistung, kognitive Fähigkeiten sind ein riesiger Überlebensvorteil und deswegen ist über eine Zeitspanne von drei Millionen Jahren das Gehirn von 500 Gramm, das von Minigehirn, reicht gerade um die Arme zu bewegen und ein bisschen zu grunzen, auf 1,5 Kilogramm angewachsen und jetzt kann man Vorträge über die kosmologische Konstante halten. Ja, wer weiß, was da noch alles kommt. Ich hoffe mal, dass das Gehirn nicht wieder schrumpft. Das hat nämlich auch noch was mit der globalen Erwärmung. Na, das führt jetzt zu weit. Okay, also jedenfalls hier haben wir einen Grund. Die Biologie ist weiter als die Physik. Die Biologie kann Phänomene, die sie beobachtet, erklären mit Begründungen. Warum ist das Gehirn so groß? Und warum sind die Naturkonstanten so groß, wie sie sind, wissen wir nicht. Ja, da sind wir nicht so weit wie die Biologie. Schon ein bisschen dumm. Ja, also, ja, okay, so ist es. Also obwohl die Physiker immer denken, dass ihre Physik die Grundlage überhaupt von allem ist, weil wir immerhin versuchen herauszufinden, wieso das Universum überhaupt entstanden ist und was es ist. Also ohne Universum auch keine Biologie. Da fühlt man sich so den Biologen überlegen. Aber die Biologen wissen wenigstens, warum irgendwas so ist, wie es ist. Das wissen wir leider nicht. Susskind hat jetzt einen Erklärungsansatz gemacht. Jetzt kommen wir zu dieser Cosmic Landscape, zu dieser kosmologischen Landschaft. Wir kommen jetzt ins wirklich Gewaltige. Also wenn man eine Galaxie oder einen Galaxie einen Haufen für groß hält, das, was er sich erdacht hat, dagegen wirkt das, wie gesagt, wie die lokale Umgebung, wie Konstanz und Singen oder sowas, sind benachbarte Kleinstädte. Inflationsphase. Also für die Urknalltheorie brauchen wir die Inflationsphase. Das brauchen wir als Erklärung der Homogenität und Isotropie des Universums. So, also egal in welche Richtung wir schauen, wir sehen überall dieselbe ungefähre Struktur des Universums, also nicht die gleichen Galaxien, aber die sind ungefähr gleiche Abstände, gleiche, alles so ähnlich und die Hintergrundstrahlung kommt auch aus allen Richtungen mit genau der haargleichen Temperatur. Und das ist ein bisschen komisch, weil diese Stellen sind ja viele 10, 20, 30 Milliarden Lichtjahre voneinander entfernt. Wie können die denn alle gleich sein? Das ist Homogenität und Isotropie, also die Richtung und ist überall das Gleiche. Als wäre das Universum irgendwann mal im thermischen Gleichgewicht gewesen, obwohl diese Stellen so weit auseinander sind, dass sie unmöglich im thermischen Gleichgewicht gewesen sein können. Und deswegen, die Erklärung für diese Homogenität und Isotropie ist die Inflationsphase. Wurde von der Theorie eingeführt, dass nach dem Urknall, hier so ein Bild für die Expansion, das ist das Urknallmodell hier, ist übrigens ein Bild, ich muss mal den Wikipedia, Big Bang, im englischen Wikipedia, also Big Bang heißt großer Knall. Da haben wir also ganz am Anfang hier diese enorm starke Expansion, die sich dann abgeschwächt hat. Und die Expansion erfolgte mit Überlichtgeschwindigkeit. Das heißt, vor der Inflationsphase, die war so um 10 Uhr minus 30 Sekunden nach dem Urknall, also alles innerhalb der ersten Sekunde, vor dieser Inflationsphase war das Universum so dicht gepackt, dass es ins thermische Gleichgewicht kommen konnte. War also sozusagen, also nicht viel Zeit, aber es war dicht genug und schnell genug. Und dann ist es mit Überlichtgeschwindigkeit expandiert und die Teile, die vorher wirklich die gleiche Temperatur hatten und so weiter, sind in der überlichtschnellen Expansion so weit auseinander geschnurrt, dass sie nun eben eigentlich nicht mehr miteinander wechselwirken können, weil sie zu weit auseinander sind. Aber da sie vorher im thermischen Gleichgewicht waren, sind sie es hinterher auch. Also das erklärt, dass die kosmische Hintergrundstrahlung in allen Richtungen die gleiche Temperatur hat. Inflationsphase. Und die brauchen wir unbedingt, um diese Homogenität und Isotropie des Universums zu erklären. Okay, ist also ein Teil des Standardsmodells der Astrophysik. Gut, das wirkliche Universum, das folgt übrigens daraus, es ist mit Überlichtgeschwindigkeit ausgedehnt. Das heißt also, die Lichtgrenze für uns liegt innerhalb dieses Universums, was im Urknall entstanden ist. Daraus folgt, was diese Annahme ist, muss eine Inflationsphase gegeben haben, um diese Homogenität zu erklären, folgt, mit Überlichtgeschwindigkeit expandiert, dass heute, viel später in der Inflation, sich diese Teile außerhalb unseres Lichthorizonts ja auch weiter ausgedehnt haben, dass das Universum um ein Vielfaches größer sein muss, als was wir sehen können. Also nochmal, die Isotropie und Homogenität brauchen wir, um die enorme Gleichheit, Ähnlichkeit des Universums in ganz unterschiedlichen Zahlen der uns zugänglichen Räume erklären zu können. Also auch die Flachheit des Universums ist dreidimensional, also in der allgemeinen Relativitätstheorie ist als Raumzeit absolut flach. Und die Erklärung, da kann man es vielleicht ein bisschen erklären mit dieser Expansion, mit der Inflation ist, wenn ich also am Anfang so ein, nehmen wir mal als Beispiel für die vierdimensionale Raumzeit ein zweidimensionales Gummiblatt oder so, ja, und das ist irgendwie verschrumpelt. Und jetzt ziehe ich das mit aller Gewalt ganz schnell auseinander, da werden die Teile, die ich beobachten kann, super flach, wenn ich das ganz schnell auseinanderziehe. Das heißt, die Inflation, ich gehe nochmal zurück hier, führt dazu, ist eine Erklärung dazu, dass der Raum, den wir beobachten, absolut flach ist und dass es überall ähnlich aussieht, weil es eben dieses extrem überlichtschnelle Aufquellen gegeben hat. Daraus folgt aber wiederum, dass das wirkliche Universum um ein Vielfaches größer ist als das sichtbare Universum und für diese Inflationsphase brauchen wir irgendwas, was die Inflation, eine überlichtschnelle Expansion angetrieben hat. Und es muss sowas wie ein Fels sein und es muss ein Potenzial haben. Potenzial ist eine Energie und da sind wir bei der Vakuumenergie. Also war die Vakuumenergie ganz am Anfang viel größer, das ist die Idee. Das erklärt dann, Akuumenergie treibt sie auseinander, dann würde also so eine extreme Auseinanderdrückphase erklären. Da bräuchten wir also diese viel größere kosmologische Konstante. Und das kann, diesen ganzen Sachen kann die Stringtheorie erklären. Wie gesagt, sie ist aus der Mode gekommen, hat ein paar Probleme, aber das kann die Stringtheorie erklären. Ja, Stringtheorie, das muss ich jetzt mal kurz einführen. Also die Grundidee ist die folgende. Gut, dann nicht jetzt mal diese Stringtheorie versuchen, zumindest in den allerersten Anfängen zu erklären. Es ist eine Erklärung, woraus Raum und Zeit bestehen, also die vierdimensionale Raumzeit. Und es geht da um Strukturen, die kleiner sind als alles, was der Experimentalphysik zugänglich ist. Es sind Strukturen auf der Größenordnung der Planck-Skala. Das ist 10 und minus 30 oder noch kleiner in Metern, also weit unterhalb des Bereichs, der auch nur mit den allergrößten Beschleunigern untersucht werden kann. Also winzige Strukturen. Also es geht um so eine Körnigkeit der Raumzeit. Die Raumzeit ist in diesem Bild der Stringtheorie, muss man ganz einfach zu sagen, ist das so etwas wie ein Gewebe von Strings. Und diese Strings sind Anregungszustände. Also Elementarteilchen wären in diesem Bild Anregungszustände, sehr kleine Strukturen der Raumzeit. Und je nachdem, wie die Raumzeit aufgebaut ist, es gibt verschiedene Vakua, verschiedene Strukturen von Vakuum. Also wir haben nur ein Vakuum in unserem Universum, aber nach der Stringtheorie sind ganz verschiedene Vakua, denkbar, 10,55 insgesamt oder noch mehr, also ganz viele. Und je nachdem, was für ein Vakuum, was für ein Gewebe der Raumzeit ich habe, habe ich verschiedene Elementarteilchen mit unterschiedlichen Massen und verschiedene Kräfte, also Naturkräfte. Und in unserem Vakuum mit unseren Strings haben wir eben diese Quarks und die anderen Fermionen und die Bosonen, die es eben gibt, die paar, die wir haben, und eben die Naturkräfte, diese vier, die wir haben. Und das ist ein Spezialfall der Stringtheorie. Und die ursprüngliche Idee beruhte auf einer Frage, nämlich, woraus bestehen Protonen und Neutronen? Und das beschreibt ja Suskind in seinem Buch sehr schön. Das hier ist ein Bild aus dem Internet, hier unten ist der Link angegeben. Genau gesagt ist das ein Movie und ich habe hier drei Screenshots herausgezogen. Das ist hier www.learner.org, sehr schön, alles in Englisch, aber gut erklärt. Da kann man wenigstens ein bisschen Begriff bekommen, worum es bei der Stringtheorie geht. Also hier oben links haben wir einen Atomkern, da kann man ja abzählen, was das ist. Irgendwas kleiner als Kohlenstoff, Lithium oder sowas. Also mit Protonen, die sind wahrscheinlich blau und rot. Ne, Protonen sind rot, positiv. Also das sind die roten Kullern und die blauen, das sind die Neutronen. Und da ging es um die Frage, damals war das noch nicht klar, woraus bestehen Protonen und Neutronen? Was ist deren Innenleben? Heute wissen wir, da ist ein Innenleben und es sind Quarks und zwar immer drei Quarks. Und das hier sind jetzt auch rot und blau, aber das sind jetzt eben nicht mehr Protonen und Neutronen, sondern die Bausteine von Protonen und Neutronen, nämlich die Quarks. Es gibt also Up- und Down-Quarks und die haben eine Farbladung und zwar gibt es drei verschiedene Farbladungen. Deswegen gibt es hier auf einmal noch grüne Kullern. Also die Farbgebung ist so ein bisschen ungeschickt, weil sich bei den roten Kullern handelt sich oben links um was ganz anderes, nämlich die Protonen und das hier, diese roten, blauen und grünen Kullern sind die Bestandteile des Protons, die Quarks. Und die werden verbunden durch diese sehr starke, starke Wechselwirkung, ist die starke Kraft, die wird vermittelt über Gluonen. Das sind ebenfalls Elementarteilchen, Wechselwirkungsteilchen und zwar brauchen hier mal drei, hier haben wir für rechts unten das Proton, sieht man hier mal separat, drei Kullern, hier die grüne ist kaum zu erkennen, eine blaue und ein rotes Quark und verbunden mit diesen Gluonen. So, das ist die Vorstellung des Innenlebens. Was hat das jetzt mit Quarks, mit Stringtheorie zu tun? Die Stringtheorie geht noch weiter. Sie fragt, woraus besteht denn ein Quark? Und ich hatte das bei meiner Folge, weiß nicht, die vierte, fünfte oder was das da war, über die Bausteine, also die Akteure auf meiner Bühne, die Elementarteilchen, erwähnt, dass nach der gängigen Theorie, da sind die Elementarteilchenpunkte im Raum. Ja, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, ein Punkt, also nulldimensional, keine Ausdehnung, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erfassen. Wie kann denn irgendwas keine Ausdehnung haben, insbesondere wenn es sich auch noch um sich selbst dreht? Die Teilchen haben alle einen Spinn, die drehen sich, wie geht das? Und die Stringtheorie nimmt jetzt, und das ist das Bild hier unten, da sieht man hier diese hellen Streifen, dass diese Quarks tatsächlich solche Strings, in dem Fall geschlossene Strings, also so kreisförmige, oder sind das, ne, das sind immer zwei Teilchen hier, also jedenfalls bestehen die Quarks aus was, allerdings ist das so klein, dass es experimentell absolut nicht zugänglich ist. Das ist hier vergrößert gezeichnet, dass diese Elementarteilchen Strings sind. Ja, also die Stringtheorie geht noch viel, viel weiter, in viel kleinere Dimensionen, hoch kompliziert, da gibt es also Brains und alles Mögliche. Ich habe hier nur den Ansatz gezeigt, wie die Leute auf diese Strings gekommen sind. Was ich allerdings ganz gut finde, oder plausibel, ist, dass man annimmt, dass Elementarteilchen Anregungszustände der Raumzeit sind, denn in der Tat kann man die vielen verschiedenen Elementar- oder auch anderen, nicht elementaren, aber anderen Teilchen, kann man erklären als Anregungszustände der Raumzeit. Das heißt, dieses Bild, dass die Raumzeit so eine Art Gewebe ist, also, und es gibt unterschiedliche Gewebe nach der Stringtheorie, also, gibt es auch im realen Leben, man kann ein Seidentuch haben oder ein Leinentuch, und wenn man jetzt einen einzelnen Gewebefaden hätte und den anzupft, dass das eine Anregung ist, eine Schwingungsanregung, dann wäre diese Schwingungsanregung ein Elementarteilchen. Das ist die Idee. Also, die Raumzeit ist ein Gewebe und ein Teilchen ist eine Schwingungsanregung, ein Zupfen. Da gibt es keine Reibung, das heißt, der Ton, also dieses Schwingen, das hält erstmal für alle Ewigkeiten an, beziehungsweise, wenn es ein instabiles Teilchen ist, dann kann es da fallen in andere Anregungen, also andere Teilchen, aber es ist eine Anregung der Raumzeit. Und jetzt hängt es sehr an der Struktur der Raumzeit, dieses Gewebes, welche Elementarteilchen und auch welche Naturkräfte, die werden auch über solche Strings vermittelt, welche Kräfte es zwischen den Zeichen gibt. Und jetzt kommt eben der große Punkt, die Stringtheorie sagt vorher, dass es ganz unterschiedliche Strukturen dieses Gewebes, dieses Grundgewebes, also dieses Vakuums gibt. Das kann die Stringtheorie. Aber hier mit sowas hat es angefangen, man hat sich damit beschäftigt, woraus Protonen und Neutronen bestehen, aus Quarks, und was sind denn nun Quarks, was sind Elementarteilchen? Und so ging es weiter. Also weiterhin Suskins Erklärungsansatz, wir haben die Inflationsphase, das wirkliche Universum ist sehr viel größer, es ist mit Überlicht am Anfang expandiert, dafür brauchen wir ein Feld und ein Potenzial. Und die Grundlage für die Erklärung dieser Inflationsphase und auch der jetzt nicht verlangsamten Expansion, ist ja viel langsamer geworden, ist die Stringtheorie nach Susskind. In Stringtheorie, the number of flux vacuums, also verschiedene Vakua, sind eigentlich verschiedene Universen, ja, is commonly thought to be roughly 10 to 500, also 10 hoch 500 verschiedene Strukturen des Vakuums und damit verschiedene Universen kann es geben. Die sind allerdings nicht in den Dimensionen ineinander verschachtelt, also nicht so wie Seiten eines Buches in einer höheren Dimension, zweidimensional ist die Seite eines Buches und das Buch ist dreidimensional, da kann man die Seiten übereinander stapeln, sondern ist eher so gedacht, dass diese Universen sich über gewaltige Distanzen, viel größer als die 13,6 Milliarden Lichtjahre ausdehnen. Wenn wir also weit genug weg sind von uns, dann kommen wir in ein Universum, was andere Naturgesetze hat. Das wäre die Idee. Ja, und zwar gibt es 10 hoch 500 denkbare nach dieser Stringtheorie verschiedene Universen und die meisten wären unbewohnbar, weil sie alle hätten unterschiedliche Naturkräfte, unterschiedliche Elementarteilchen und eine unterschiedliche kosmologische Konstante. Ja, und viele sind dann eben unbewohnbar, ganz analog zur Idee von den Planeten. Es gibt jede Menge Planeten, auch in unserer kosmischen Nachbarschaft, auch in unserem Sonnensystem und Monde und die meisten sind unbewohnbar, nur die Erde ist bewohnbar und das ist dann mit den Universen genauso. Nach der Stringtheorie also jede Menge verschiedene Strukturen von Universen und das würde erklären, warum die Naturkonstanten in unserem Universum genau so sind, wie sie sind, weil es eben zufällig ein Universum ist, das überhaupt Leben erlaubt. Also ein bewohnbares Universum aus der Menge von 10 hoch 55 und man braucht eine Menge Universen, um zu erklären, dass durch Zufall in genau diesem Universum die kosmologische Konstante so klein ist, es gibt genau diese drei oder sechs Quarks und so weiter. Da braucht man einfach eine Menge, um diese statistische Wahrscheinlichkeit hinzukriegen und das kann die Stringtheorie. Die Stringtheorie ist also eine Theorie, die erklärt, die Maßschneiderung unseres Universums liegt daran, dass es einfach 10 hoch 55 Universen gibt und nur eines, also dieses hier ist bewohnbar und vielleicht noch ein paar andere. Das ist die Idee. Und dann gibt es hier so ein Gebirge, das ist hier ein Bild, das habe ich hier von IPHT.FR, fand ich also sehr schwierig so ein Bild zu finden. Das ist ein Potenzialgebirge. Wir haben hier als X- und Y-Skala, also diese zweidimensionale Platte, die Koordinaten, sind jetzt irgendwelche Parameter, also zum Beispiel die Eigenschaften dieses Gewebes, also zum Beispiel Anzahl der Elementarteilchen und in der anderen Richtung Stärke der Naturkräfte. Also es ist natürlich mehrdimensionales Gebilde, hier in der Zahl der Parameter, aber wir können ja insgesamt nur drei Dimensionen visualisieren. Hier sind also nur zwei Parameter in diesem Multiparameterraum möglicher Universen dargestellt. Übrigens, die Zahl der Dimensionen ist auch eine Variable. Es gibt Universen, die haben nicht drei Raumdimensionen nach der Stringtheorie, sondern mehr, sechs Raumdimensionen. Die Stringtheorie selber ist in verschiedenen Versionen neundimensional oder neun plus eins, also die Zeit neun plus eins dimensional. Und die brauchen diese hohe Zahl von Dimensionen, damit sie tatsächlich Quantenmechanik und Gravitation vereinigen können, ohne dass ihnen das ganze Universum um die Ohren fliegt. Sie brauchen zehn Dimensionen. Also neun plus eins sind es, glaube ich. Ja, aber das führt ein bisschen zu weit. Also das ist jeweils die Stringtheorie, eine Unzahl von Universen und die Vertikale hier, die Höhe dieser Berge, das ist die Energie des Vakuums, also die kosmologische Konstante. Und jetzt kann sich ein Universum bewegen. Ein Universum würde, wenn es so eine hohe kosmologische Konstante hat, würde seine Parameter verändern in diesen Parameterraum und in so einen Topf runter plumpsen. Und da ist es dann ein stabiles Vakuum. Vorher ist es ein instabiles Vakuum. Und da ist die Meinung, dass das mit unserem Universum geschehen ist. Es ist im Urknall irgendwie auf so einem Berggipfel entstanden und dann runtergerollt in ein Minimum. Und dieses Runterrollen, das war die Inflationsphase. Okay, also Stringtheorie, 10 hoch 55 verschiedene Universen, das ist schon ganz schön haarsträubend. Wie gesagt, die Theorie ist heute aus verschiedenen Gründen, erzähle ich noch, nicht mehr so akzeptiert. Aber diese Stärke der Vision ist schon bestechend. Es ist ein Versuch, die Maßschneiderung des Universums zu verstehen. Und natürlich die kosmologische Konstante selber. Eines dieser Universum kann zufällig die richtigen Bedingungen für Leben haben. Das ist der Punkt von Herrn Saskind. 2005 war das. Ja, und das ist das Bild, was vielleicht wichtig ist, also mir wichtig erscheint. Auf Seite 165 in dem 400 Seiten Buch sieht man also hier unser Universum im Urknall entstehen. Und das ist diese Potentiallandschaft. Die Vertikale ist sowas wie diese Vakuumenergie, also diese kosmologische Konstante. Und es ist hier erstmal in den ersten 10 hoch minus 40 Sekunden hier so langgerollt, flach runter. Und dann hier in dieses stabile oder metastabile Minimum reingeplumpst. Und in diesem Minimum ist zufällig die kosmologische Konstante nicht negativ. Und dann hätte man das zusätzliche Zusammenziehen des Universums und auch nicht stark positiv. Sondern hier in diesem Minimum dieser hochkomplexen Potentiallandschaft ist sie eben 10 hoch minus 52 pro Quadratmeter. Also genau richtig für uns. Und da ist das Universum zur Ruhe gekommen. Unser Universum. Aber dann gibt es eben 10 hoch 55 andere irgendwo anders in dieser Potentiallandschaft. Ja, also das ist doch mal eine Theorie. Allerdings ist diese Theorie absolut experimentfrei. Also diese Mehrdimensionalität, also 9 plus 1 eine Dimension oder noch mehr. Und auch diese super kleinen Stringstrukturen, das kann man alles als Experimentator nicht fassen. Und deswegen hatten die Theoretiker in diesem Bereich freies Feld. Sie waren nicht durch diese nervigen Experimentatoren ständig gezwungen, ihre Theorien an der Wirklichkeit irgendwie anzupassen. Sie konnten also frei schaffen in einem Raum der Fantasie und der mathematischen Möglichkeiten. Ja, das ist natürlich nicht wirklich Naturwissenschaft. Also Herr Süßkind weigert sich, das Argument zu akzeptieren. Er findet, das ist Naturwissenschaft. Aber in meinen Augen ist Naturwissenschaft die Identität von Theorie und Experiment. Wenn ich nur Theorie habe in einem Bereich, in dem die Experimentalphysik nicht vordringen kann, das gilt übrigens auch für Zukunftsprognosen, was in 10.000 Jahren passiert oder so, kann man ja nicht widerlegen. Ist nicht falsifizierbar nach Karl Popper. Das ist so ein Wissenschaftsphilosoph. Dann ist das nicht richtige Naturwissenschaft, würde ich sagen. Weil es muss immer im Experiment irgendwie falsifizierbar oder überprüfbar sein. Sonst kann man alles Mögliche rechnen. Das macht die Stringtheorie. Aber ich bin trotzdem fasziniert. Das ist wie so ein Science-Fiction-Roman. Wir haben eine Realität, die ungleich viel, 10 hoch 55 mal größer ist als unser läppisches Universum mit ganz anderen Naturkonstanten, ganz anderen Elementarteilchen. Und die meisten sind unbewohnbar. Ja, das heißt, das ist das Ergebnis. Kommen jetzt zum Schluss. Wie lange habe ich geredet? Eine Stunde 20. Also so eine Vorlesung ist ja eigentlich eine Stunde 30 normalerweise. Das ist ja keine richtige Vorlesung hier, sondern nur so ein Zusatz. Aber das wollte ich dann doch mal erklären, muss ich sagen. Also hier wieder mal ein Bild von den Luftblasen im Wasser habe ich selber fotografiert. Das wären also jede Menge Universen nur, dass sie nicht in einem höherdimensionalen Raum nebeneinander liegen oder übereinander, sondern dass wir eigentlich ein Nebeneinander haben. Genauso wie es hier geschildert ist, dass wenn wir also mit einer lichtschnellen Rakete immer in dieselbe Richtung fliegen, kämen wir durch Bereiche, wo die Naturkonstanten andere sind. Und wir würden erstmal allerdings ganz lange in derselben Richtung fliegen, weit über den Durchmesser unseres Lichthorizonts hinaus. Und da wäre überall immer noch alles gleich, weil wegen der Inflation. Also das richtige Universum ist vielleicht hundertmal größer als die uns zugängliche Kugel. Aber wir können auch weiter fliegen und dann verändern sich womöglich die Naturkonstanten und auch die Art, welche Elementarteilchen und Naturkräfte wir haben. Das wäre natürlich ein bisschen dumm, weil unser Körper basiert ja nun darauf, dass man vernünftige Naturkonstanten und Elementarteilchen hat. Das heißt in einem anderen Universum, also wenn wir hier in so eine andere Luftblase kämen, da könnten wir nicht existieren. Also es gibt nichts, was wir uns überhaupt vorstellen können. Das wäre irgendwas ganz anderes nach der Stringtheorie. Es ist allerdings sehr fragwürdig, ob das stimmt. Aber es ist eine fantastische Vision. Gut, also ich hatte das letzte Video zur Feinjustierung des Universums mit dieser Folie hier fast abgeschlossen, war eine der letzten. Wir haben dieses Phänomen, dass alle Naturkonstanten und Naturkräfte so abgestimmt sind, dass es Leben geben kann. Und ich hatte mir vier Möglichkeiten ausgedacht. Zufall, übergeordnete Naturgesetze oder natürlich ein Schöpfer oder Multiversen. Und Stringtheorie ist eine Riesentheorie, wo viele Leute über viele Jahre, Jahrzehnte daran gearbeitet haben, die eine Antwort liefert auf der Basis von Multiversen. Und die Vision einer Realität, die ungleich viel größer ist als das, was für uns sichtbar ist, haben wir da. Aber die Probleme der Stringtheorie sind gravierend. Also zunächst mal ist sie höherdimensional. Also es funktioniert mathematisch nicht zusammen mit der Quantenmechanik. Sie braucht mehr Dimensionen, also neun. Und sechs von den neun Raumdimensionen sind eingerollt auf einer Skala der Planck-Skala. Also die sind winzig eingerollt. Ja, und um diese eingerollten Dimensionen sind diese Strings gewickelt, also die Elementarteilchen. Ja, also ein bisschen gewöhnungsbedürftig, diese Theorie. Also sie funktioniert mathematisch nur in einem, ich glaube, neun oder zehndimensionalen Raum. Und da wir ja nun in einem vierdimensionalen Raum, wenn man die Zeit mitzählt, leben, müssen wir die sechs überflüssigen Dimensionen irgendwie loswerden. Und da werden sie eben eingerollt, kompaktifiziert. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, also experimentfrei, vollkommen experimentfrei. Strukturen auf der Planck-Skala, 10 hoch minus 35 können wir nie, also man soll ja nie sagen. Also jedenfalls sagen wir mal in den nächsten, ja die Politiker denken immer in vier Jahren, also in den nächsten vier Jahren, aber ich würde auch sagen in den nächsten 40 Jahren. Und bei 400 Jahren wäre ich jetzt vorsichtig, da kann viel passieren. Aber jedenfalls auf absehbare Zeit ist das uns nicht zugänglich. Das heißt, Theoretiker können sich da voll austoben. Und in der Stringtheorie kommen als Vorhersage kaum bis keine Universen vor mit einer kleinen positiven kosmologischen Konstante. Die Stringtheorie kann zwar 10 hoch 55 oder noch viel mehr Universen produzieren, aber die haben alle, fast alle, also meistens, keine kleine kosmologische Konstante, so wie wir sie brauchen. Das heißt, ausgerechnet unser Universum kann die Stringtheorie nicht wirklich reproduzieren irgendwie. Also habe ich jedenfalls in diesen kritischen Publikationen gelesen. Das heißt, wir haben zwar jede Menge Universen, alles Mögliche, aber ausgerechnet unseres irgendwie nicht so richtig. Das ist natürlich schon irgendwie dumm, wenn man so viele Universen hat, aber kein passendes. Also Multiversen auf der Basis der Stringtheorie, das ist jetzt ein bisschen fragwürdig. Aber trotzdem ist es natürlich möglich, dass es Multiversen gibt, also viele Urknalle, aber vielleicht nicht auf der Basis der Stringtheorie. Ich wollte Sie nur mal näher erklären hier an dem faszinierenden Buch von Leonard Saskind, weil da so ein riesen Theorieaufwand dahinter steckt. So viel mathematische Intelligenz oder physikalisch-mathematische Intelligenz, aber es hat es nicht richtig gebracht. Es braucht einen anderen Ansatz. Aber trotzdem könnte es Multiversen geben. Auf jeden Fall darf man sich nicht scheuen, anzunehmen, dass die Realität ungleich viel größer ist als das, was wir sehen. Das hier ist in unvorstellbarer Weise geschehen. 10 hoch 500 Universen oder mehr. Also unvorstellbar groß ist die Realität. Ich glaube, das stimmt, dass die Realität unglaublich viel größer ist als das, was wir sehen können. Obwohl das, was wir sehen können, ja schon fantastisch groß ist. Also vielleicht ist Multiversen doch die richtige Antwort auf das Fine-Tuning. Ansonsten gibt es immer die Möglichkeit eines Schöpfers und dagegen wehren sich die Naturwissenschaftler aus ideologischen Gründen. Also als Naturwissenschaftler wäre man dann irgendwie überflüssig. Aber ich hatte es ja beim Gehirn beschrieben. Es gibt möglicherweise Erklärungen. Wir haben sie bloß noch nicht gefunden. Das Gehirn ist deswegen so groß, weil es im Rahmen dieser normalen Evolutionstheorie einen riesen Überlebensvorteil bringt. Und das kann man auch erklären. Oder eben, was heute viele denken, übergeordnete Naturgesetze. Und wenn man die findet, dann findet man heraus, warum unser Universum so ist. Aber auch in diesem Fall übergeordnete Naturgesetze haben wir erst einen kleinen Teil der Realität überhaupt entdeckt. Das war also ein Ausflug in die Stringtheorie und die Cosmic Landscape, die kosmische Landschaft, die so unglaublich viel größer ist als das bisschen Universum, was wir im Augenblick kennen oder auch nur kennen können. Also wirklich eine starke Vision. Leider hat es bisher noch nicht so richtig geklappt mit der Übereinstimmung mit den bekannten Daten. Ja, das war es zu dem Buch von Leonard Saskin, The Cosmic Landscape. Faszinierendes Buch, enorme Visionskraft, aber es scheint nicht zu klappen, jedenfalls nach dem Stand heute im Jahr 2021. Gut, wir machen weiter. Also wir sind im Kapitel 8 in meiner Nachfolgevorlesung Weltbild der Physik Unbekanntes. Das war Just Six Numbers. Das ist nach wie vor richtig. Es ist einfach eine experimentelle Beobachtung. Allerhand Parameter sind eng definiert, sonst gäbe es uns nicht. Kosmologische Konstante war dieses Video. Und weiter geht es dann, also habe ich jedenfalls geplant, ich bin mir noch ganz sicher, mit Information. Es gibt Leben im Kosmos, das heißt die Fähigkeit in diesem Universum, dass ich durch Selbstorganisation, das wäre die Idee der Biologie, Evolution, höhere Strukturen, komplexe Strukturen und Intelligenz entwickeln kann. Und das ist erst mal, hat was mit Information zu tun. Und Information kommt in der Physik nicht so richtig vor. Da zieht man einfach eine Niete. Wo in den Naturgesetzen, die wir als Grundlage der Physik ansehen, kommt denn Information vor. Was ist Information überhaupt? Sie hat eine Bedeutung in der Quantentheorie. Wenn ich etwas weiß über die Flugbahn eines Elektrons, verhält sich das Elektron anders. Also Wissen über etwas verändert die Realität. Das ist schon sehr, sehr komisch. Und was ist denn Wissen überhaupt? Damit will ich mich dann in der nächsten und übernächsten Folge beschäftigen. Und dann geht es auch in Richtung Teleportation. Da wird es dann ganz spannend und nochmal ganz unheimlich. Fast so unheimlich wie in der Stringtheorie. Gut, das war es also. Weiter geht es mit dem Unterkapitel 8.3 beim nächsten Mal. Und bevor ich Schluss mache, nochmal ein kurzer Hinweis. Meine Zusammenfassung, also all dieser Vorlesungen zum Weltbild der Physik, aber auch die Astrophysik-Vorlesungen findet man auf meinen YouTube-Kanälen. Also unter www.ganteförder.ca kommen diese vier Kacheln. Und die YouTube-Kachel hier, da findet man auf den beiden Kanälen, die ich betreibe, die Inhaltsverzeichnisse auf Grenzen des Wissens. Dann die Verzeichnisse mit den entsprechenden Links zu den YouTubes, zu den verschiedenen Vorlesungen für die, die die früheren Vorlesungen vielleicht suchen. Ja, da habe ich noch eine Firma, da kann man mich anheuern als Vortrag. Die Bücher habe ich auch noch geschrieben und wer ich überhaupt bin, findet man auf dieser Kachel. Das war es für heute. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.